Man kann ja auch Treppen machen, ne? Und die Thronen darauf stellen. So weit, ich weiß. Oder sind die dann von unten blockiert? Ähm, ja, wenn ich das jetzt wüsste, ne? Ist natürlich blöd. So, dann müssen wir tatsächlich noch einen nach außen gehen. So. Ich bin jetzt echt am überlegen, wie wir das hier machen. Also ich hab das überhaupt nicht geplant und jetzt muss ich das irgendwie spontan machen. Ich versuch jetzt einfach mal. Und das war echt blöd, dass ich das jetzt gerade abgemacht hab, ne? Wisst ihr, weil... Ne. Scheiße. Nö, war's gar nicht. Quatsch. Also wirklich. Das war alles richtig. Mann. Ich bin wieder so hart zu mir selbst. Hm. Es ist nicht einfach, das jetzt zu überlegen, wie ich das machen soll. Da müsste ich halt still sein. Naja, aber im Let's Play ist das nicht so gut. Das wissen wir alle, denke ich. So. Dann will ich hier hinten noch so, 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 so und so. Dann machen wir so, 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 so und so. So, haben wir das jetzt? Gut. Dann würde ich sagen, ersetzen wir das doch mal durch Holz. Das dann auch. Eisen. Lassen wir liegen. Nein, scheiße. Ja. Ne? Das habe ich jetzt davon. Warte. Komm, geht da weg. Gut. So. Dann so. So. Machen wir so. Zack, zack, zack. Und zack. Ähm, dann. Nein. Warte. Oh, nein. Nicht Schwert. Hier. Das da. Spitzhacke. Genau. So. Ich weiß ja nicht. Äh, ich weiß ehrlich nicht. Moment, wie würde das dann aussehen? Könnte ich die aufmachen? Das ist die Frage. Das ist jetzt die Frage. Da müsste ich halt hier mal eben den Boden auslegen. Ah. Ja, genau. Fall doch einfach mal so in eine Höhle. Ne? Also. Wieso nicht? Ist doch. Ja. Kennt man. Kennt man. Ne? So. Ähm. Dann müsste ich halt Nein. So. 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 Dann so. Dann so. Und so. Dann machen wir so. Und so. Gehen die dann noch? Auf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich guck mal. Direkt mal. Das funktioniert. Ich hab echt. Keine Ahnung. Also. Ob das jetzt alles klappt, was ich hier so mache? Also. Es wär schön. Sagen wir's so. Es wär schön. Aber. Das war's dann auch wieder, ne? So. Haben wir fünf Stück gemacht. Ja. Ne. Hier. Machen wir noch ein bisschen. Ah. Natürlich. Ja. Hier eine. Und da. Da. Nicht genug. Neu. Sieben Stück haben wir. Okay. Ähm. Na. Mach zu. Autsch. Dann direkt mal ausprobieren. Ha. Es geht. Oh. Egal. Nein. Komm her. Komm her. Los. So. Nicht dein Ernst. So. Sammeln wir das mal alles auf. Und machen hier mal sofort eine Truhe für. Das da. Das da. Das da. Und das da. Nein. So. Und das. Und das auch noch. Schick. Dann sammeln wir den Rest auch noch auf. Das ist Musik von Edna bricht aus. Das ist ein neues Lied. Und das Spiel will ich auch. Let's playen. Ich find's echt. Schön. Sowas muss man halt auch mal machen, ne? Es ist. Man muss. Man muss. Sagen wir mal man muss. So. Halt. Bevor ich das mache. Na ja. Erst mal so. Und das hier muss ich auch noch machen. Und das hier muss ich auch noch machen. Ach ja. Da war eine Höhle. Ganz vergessen. Da liegt Kohle. Kohle. Und das hier muss ich auch noch machen. So. Ähm. So. Dann. Dann jetzt hier. Äh. Das da. Ach. Ist das nicht schön. Es ist schön. Ich weiß. So. Oh. Ob das vielleicht zu viel ist? Ich denke nicht. So. Hammer. Das. Fast. Fertig. Ähm. Was. Muss ich jetzt tun? Also. Ähm. Da. Genau. Ich war gerade irgendwie. Gerade irgendwie. Weiß ich nicht. Weg. Ich war nicht da. Print. Aufk. Wie man so schön sagt. Zack. Zack. Und dann. Hier. So. Also. Wenn das jetzt alles klappt. Dann bin ich glücklich. Dann haben wir das ohne Probleme. Fertiggestellt. Das Teil hier. So. Hm. Wie machen wir denn jetzt das hier? So. Soll ich den Boden so lassen? Oder? Wie? Stellt ihr euch das vor? So. Ich bin mir ja gerade nicht so sicher. Hier ist keine Öle, oder? Nee. So. Gut. Dann würde ich sagen. Nein. Nicht zoom. So. So. Willst du jetzt? Hallo. Meine Fresse. So. Dann brauche ich jetzt Trum. Ab nach oben würde ich sagen. Oder nee. Wisst ihr was? Doch. Gehen wir einfach mal nach oben. Ach. So. Wann wir hinsetzen? Und dann weiter. Wie geht's? Nehmen wir die mal mit. Autsch. Mh. So. So. Dann. Machen wir. Folgendes. Ich denke 40 sind genug. Wobei machen wir mal 52, 56, 60, 64. So. Dann. Ach. Scheiße. Ja. So klappt's auch. Ist ja gut. Ist alles in Ordnung. Lalalalalala. Zack. Zack. Schön. Moment. Wieso habe ich jetzt 64 Stück gemacht? Oh mein Gott. Hey. Da habe ich ja was vergessen. Ich habe vier... Wieso habe ich jetzt... Egal. Egal. Es ist jetzt egal. Man kann es nicht mehr ändern. So. Jetzt hier... M-m-m. Ich bekomme langsam Hunger. Wieso? Ich habe doch was gegessen. Aber wie lange ist das? Das ist schon ein paar Stunden her. Ich glaube sogar zwei. Muss ich mal was kleines Essen mal wieder. So. Das sind nicht genug. Wie viel sind es? Sechs. Okay. Machen wir nochmal acht Stück. Machen wir vierzehn. So. Jetzt machen wir... Hallo. Geht doch. Ach. Das geht gar nicht. Das ist jetzt blöd. Ja, ist egal. Lassen wir dann so. Ne? So. Dann brauche ich noch mehr. Ja. Ähm... Ja, machen wir hier mal... 64 Stück. Dann bekommen wir... Wieder acht neue. Ah, das ist aber nicht genug. Das wird nicht genug sein. Scheiße. Hätte ich mir auch denken können. Andere sieht. Danke. Ich linde... Nein, das nicht. Das nehme ich gerne. So. Moment. Hier, da... Da, da, da. Boom, boom. Nein. Zu wenig. Nein. Ähm... Dann machen wir... Nochmal 64 Stück. So. Na, macht... So. Acht Stück haben wir wieder. Und... Eins wird auch... auf jeden Fall überbleiben. Nee, nee, nee. Pass auf. Eine noch. Eine noch. Eine noch. Dann haben wir's. So. Nee, das ist Eichenholz. Hier ist Eichenholz. Acht Stück. Perfekt. Perfekt. Haben wir hier so ein kleines bisschen so Lager-mäßig was Kleines. Ne? Machen wir hier eins hin, da eins hin. Nein, da nicht. Hier eins hin. Nee, keine gute Idee. Lieber da. Und da. Und da. Und da. Gar nicht. Aber da. So ist besser. So, die Decke sollte ich vielleicht auch auskleiden, ne? Das wäre, glaube ich, besser. Hm. Würde ich sagen, machen wir das doch glatt mal. Aber nicht die komplette, oder? Ich weiß gerade nicht. Äh, nee. Ah, wir haben ja hier. Anderes Lied. Ist zu laut. Machen wir weg. Scheiße, haben wir denn? Dann machen wir halt. So, vier Stück. Machen wir davon auch mal zwei. So. So. Dann hier weiter. Ich weiß jetzt. Würde es nicht. Genau. Wie ich das... Also, die Erde hier soll halt weg. Aber dann müsste es halt auch noch gut aussehen. Ne? Das wäre dann ein Problem. Also, das mit dem gut aussehen. Weil das ist natürlich ziemlich schwer hier bei mir. Das darf man ja nicht vergessen. Wobei, die Farm ist ja gar nicht mal... Ich finde die Farm hübsch. Ne? Also. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich finde sie hübsch. So. Haben wir das jetzt auch geklärt. Also. Ja, vielleicht sollte ich doch... Ja, ich glaube, ich mache alles. Alles aus Holz. Außer der Boden, der bleibt so ein bisschen... So. Mischmasch. Ne? Haben wir denn nix hier irgendwie? Ne. Haben wir echt nicht? Ne. Wir haben hier, glaube ich, echt nix zum... Was ist das? Ja, komm. Lassen wir das mal durchgehen. Also, das ist heute echt irgendwie... Wieso dauert das denn hier eigentlich so lange? Ich habe mir eigentlich viel mehr vorgenommen. Und das dauert hier so lange... Das dauert echt lange. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Schon bald eine Stunde. Boah. Und ich dachte, eine halbe Stunde, dann sind wir hier fertig. Tja. Habe ich falsch gedacht, aber dafür sind wir ja gleich fertig hier. Nur noch die Decke und dann war's das. So, 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 so. Ey. Da. 64 Neuauflager. Gut. Nein, das war nicht gut. Wobei, es ist ja egal. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. So. Ich habe mir überlegt, dass wir gleich vielleicht noch in die Miene gehen, aber jetzt, wo ich sehe, wir haben gleich eine Stunde voll, glaube ich, machen wir vielleicht doch etwas anderes. Und zwar bauen wir... Oder nee, soll ich das jetzt schon machen? Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ähm. Entweder ich mache einen Weg zu einem Marktplatz, bau da so was Schönes. Also hier haben wir jetzt erstmal fertig. Machen wir das da so hin. Hm. Hm, da. So. Dann kommt hier die Erde hin. Mh, so. Dann alles Holzartige. Tun wir mal da. Da rein, so. Rechenholz lassen wir mal hier. Äh, nee. Behalten wir mal. So. Alter. Heute noch. Mein Gott. Leitern lassen wir hier. Schaukel tauschen wir mal mit. Axtbogen behalten wir das. Nehmen wir alles mit. Hier kommt was da hin. Essen da hin. Das müsste man noch zubereiten. Zubereiten. So. Das kommt dann zum Bauernhaus. Zur Farm. Was auch immer. Da geht's same- Bharier. Da geht's nochmal voredelig am- Daniel Kronzer. Das ist ja sicher das Wasser Миhrbadig einmal her.